Super! Leute, es geht los in 10 Sekunden. Nehmt euch die leichten Hand und bitte. Wir fangen einmal an locker zum Aufwärmen, durchschwingen den Bizeps-Körnern. Ganz locker 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 locker. Diesen Schieße. Das geht's. Warm up, warm up, warm up. Es geht Marshok. Vom es einem Verl dell인데, Bier! cheekbar! Wenn die Blografie hoch patients, werden Attrage mit einer lindo macht! Da spotsuan unterricht. Sons vorallem drei hin. Verabschiedet, wurde es in richtig lamp rubt, glatt und abgannt, und abgreht in die Hand. Beideszicht, Abgreht, 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 Abgreht ein, Abgreht zu, Abgreht, 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 Rosi ist auch noch die Lüse am Ort. Ja, danke Rosi. Die Mordeln. Das ist ja wahr. Und nun los geht's, los geht's. Super, Seite, lokale Seite, lokale Seite. Und nun los geht's. Wir sind da jetzt eine Stimme. Um zu spielen. Auf dem, auf dem, auf dem, auf dem, auf dem. Dieanas-höhlen ist für consciousness. es ist ein zack ein 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 zang, zang 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 in the summer neid da summat in Süda Chan! Kommt rein. Guten Tag, gut, 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 gut. Tja, gut, gut. Okay, gut, gut, gut. Hi, cool, gut. Fst ya, brav. Fst ya, brav, vst ya, brav. Wenn du da schwiegst, ist das hier. Das, die du zumuteil. Das hier im Köchst. Pistya, im Rücke. Genau. Das ist noch nie gemacht. Ganz neu. Was? Das ist ganz neu. Schön locker, 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 locker. Super. Bleib in der Vorderung und nur noch den Trizeps aufhören. Schön nach hinten push. Schön nach hinten push, 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 push. Genau. Es ist alles schön abgewertet. Genau, schön nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Schön nach hinten push, schön push, schön push. Super. Handvoll nach oben halten. Hinckli, aufstehen. Hinckli, aufstehen. Easy, cheesy. Hinckli, aufstehen. Das ist die erste Übung. Zweite Übung, Leute. Ja. Das haben wir schon mal gesehen. Super. Zweite Übung, ganz locker, in der Vorbeuge. Ja. Schwimmen. In der Vorbeuge. Schwimmen. Ja. So, wir fangen an mit Hinckli, aufstehen. Es geht los in fünf Sekunden. Und los geht's. Hinckli, aufstehen. Hinckli, aufstehen. Okay. Hinckli, aufstehen. Schön, locker, 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 locker. Okay. Arme einfach nach hinten halten. Du kannst eine Runde rechts machen, eine Runde links machen. Oder ihr macht jedes Mal ein Wechseln. Rechts, links, rechts, links. So, wie es euch dauert. So, wie es euch dauert. Sehr brav, sehr brav, sehr brav, sehr brav. Genau. Genau. 30 Sekunden noch. Okay. Super. So. Leute, in der Vorbeuge. Für den Rücken ein bisschen schwimmen. 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 Schöne große Bewegungen. Bauch einziehen, bitte. Rücken. Rücken ist gerade. Ich weiß, ihr habt keinen Bauch. Aber die Kieschen leicht gebeugt. Die Kieschen leicht gebeugt. Schöne Schwimmbewegung. Rücken ist gerade. Hallo, Martin. Kann dich zwar nicht sehen, aber ich sehe, dass du dabei bist. Ja. Genau. Da ist sie auch immer. Da ist sie auch immer. Super. Und wieder. Hintknie, aufstehen. Hintknie, aufstehen. Hintknie, aufstehen. Hintknie, aufstehen. Genau. Wenn die Matte, Leute, zu dünn ist, nehmt sie am Polster. Genau. Wenn die Matte zu dünn ist, nehmt sie am Polster. Ohne Wackeln, Rosi. Ohne Wackel. Wackelpudding. Hintknie, aufstehen. Genau. Sehr gut. Super. Hintknie, aufstehen. Bravo. Und wieder schwimmen. In der Vorbeuge schwimmen. In der Vorbeuge schwimmen. Genau. Große Schwimmbewegung. Große, 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 große. 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 Hermann. Ja, super, 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 super. Gür falsch. Großen. Und letztes Mal schwimmer, letztes Mal schwimmer, sehr brav, sehr brav, sehr brav, super, sehr schön, so, Leute, wir legen uns bitte auf den Bauch, wir legen uns bitte auf den Bauch, wir nehmen eine Hand doch mit den Fussis, eine Hand doch mit den Fussis, so, genau, okay, Leute, die Beine sind angekältet, und du gehst hoch, hoch, mit angemengten Beinen, hoch, hoch, Vollgas, Popo anspannen, hoch, los geht's. Ihr braucht sein System, genau. So, angemengte Beine und jetzt hoch, hoch, Popo hoch. Genau, Popo hoch. Schön halten, klärt ihr die Hand, ja. Wenn die Hand zu klein ist, kann es sein, dass sie rauslutscht. Nehmt so eine schöne große Hand. Genau, Popo anspannen, hoch, schön hoch. Frau, 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 nach 8 Sekunden. Super, Leute. Hin, knie, nach hinten lehnen. Hin, knie, nach hinten lehnen. Genau, schön nach hinten lehnen. Genau, immer schön nach hinten und wieder locker lassen. Die eine Übung geht auf die hintere Oberschenkel, Popo. Die andere Übung geht auf die vordere Oberschenkel. Genau. Ja, genau. Wenn die Matte zu dünn ist, noch einmal, Leute, nehmt's am Polster. Nehmt's am Polster. Schön nach hinten lehnen. Genau. Ja, genau. Super. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Super. Wieder die Hand von hinten, damit den Fuß ist. Genau. Jetzt passt das einfach selber. Und hoch. Und Pushtop. Ja, das spannt richtig schön hinten und Oberschenkel an. Da spannt die Popo an. Genau. Heben. Gerti, nimm die Hand von. Gerti, nimm die fucking Hand von jetzt. Bego, nimm die Hand von. Hand von nehmen. Komm jetzt. Ich sag's euch. Ich hol die Bad Jets. So, nach hinten lehnen wieder. Ich hab kein Assistent oder was. Wie soll ich kein Assistentin? Schöner finde ich. Schöner finde ich. Genau. Wie können Sie die Übung ohne Hand schon machen? Sehr warm, sehr warm. Nach hinten lehnen, nach hinten lehnen. Da ist das Glas. Super. So, einer noch. Hand von nehmen und schön nach oben pusht. Komm, nach oben pusht. Heute genau um das geht's ja, dass du in Wirklichkeit das heiltest, die Hand von. Und auch ein bisschen anspannst, die von Oberschenkel. Die Bego. Gerti. Los. Nach hinten lehnen, nach hinten lehnen. Komm, nach hinten lehnen. Schön nach oben lehnen. Sehr brav, sehr brav, sehr brav. Sehr brav, sehr brav. So. Leute, bitte zuschauen, das ist koordinativ. Koordinativ. Du gehst mit den Handball seitlich hoch. Eins, zwei, drei und runter. Hoch. Eins, zwei, drei und runter. Voll koordinativ. Genau. Zweite Übung. Easy Cheesy. Kurtis Lounge mit Bizeps Curl. Kurtis Lounge mit Bizeps Curl. Easy Cheesy. Also. Kreis dreimal. Und abheben. Und abheben. Und abheben. Grund und runter. Eins, zwei, drei und runter. Immer dreimal kreisen. Dreimal kreisen. Die Richtung ist wurscht. Das ist auch von wurscht. Na, den Schlüller. Was heißt du wieder? Drei L하는데Macacin. Bierflaschen, aber was? Drei Pure Flaschen. Na huh? Okay, Uh já. Energie ist es um w回w wa de le r a schul tarn. Super! crook ist lasch, h public bizeps furt. Healki so. H Curtis Lounge mit Dai Zen fuerte. schön Hub και MB Prab because nem real energy Baуб. Hier in my heart Super, und wieder, dreimal kreisen mit den Armen und einmal runter, dreimal kreisen mit den Armen, einmal runter. Quinto, und wieder, dreimal warrior kreisen mit den Armen und weiter. Gereicht an den Boden observation auf! Ich brauche den Antalien auf. Ich brauche auch die Erfache, die eine Schreiberiabjekte. Die опять aus dem Suchen. Ich brauche die Erfache, die ich in den Namen voluntarier-Auskanzlerin. Ich brauche die Erfache deine Erfache. Ich brauche die Erfache, wir brauchen das Erfache. Gehen, ich brauche die Erfache. Drei mal kreisen und runter gehen, genau. Super. Und einmal noch, Kirtis Lounge, hinten kreuzeln, hinten kreuzeln. Schön brav, hinten kreuzeln. Super, sehr schön. So, Leute, wir brauchen wieder nur eine Handtopp. Wir brauchen nur eine Handtopp. Und die Handtopp macht eigentlich nichts. Schau mal, du bist hier mit dem Endboden abgestützt und ich hier mit der Handfläche abgestützt. Und die Handtopp ist hier nur zwecks der Balance. Und das Bein geht hoch und tief. Das Bein geht hoch und tief. Und wie gesagt, die Handtopp ist nur zwecks der Balance. Eine Seite, später die andere Seite. Easy, cheesy. Los geht's. Hoch und tief das Bein. Hoch und tief. Genau. Hoch und tief. Hoch und tief. Hoch und tief. Gesteckte Bein, bitte schöne Strecke. Und dort wo anspannen, spürst du? Ja, was? 10 Sekunden. So, dann. Knie in den Tisch. So, mal, nächste. Andere Seite. Andere Seite. Schön hoch und tief. Schön hoch und tief. So, dann. Balance, 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 balance. Nehmen wir auf Stabilität, Stabilität, Rumpfstabilität und Popo-Training. Rumpfstabilität und Popo-Training. Super. Schön hoch, schön hoch. 30 Sekunden, nachdem du wieder wechseln. Bravo, nächste. Andere Seite. Okay, schön hoch. Schön hoch. Schön hoch. Ja, der Popo-Muski sollte anfangen ein bisschen zu feuern. Aber nächste Woche eine Minute lang. 30 Sekunden, das ist viel zu kurz. Schön hoch und tief, schön hoch und tief, anspannen, 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 fünf Sekunden, dritte Runde für das erste Bein, dritte Runde für das erste Bein, la la la, brav, schön hoch, Manuela, schön hoch den Haxel, ja, super, ja, okay, qualif part, nächst ... Ah, nass es, nass, nass es nicht so gut können, nass es nicht locker, oder nicht so gut gehen, und es ist so gut, bei dem ich nach oben habe. Ja, genau da, Super, sehr schön, sehr schön, so, Leute, Klassiker, Swings, Getro Band Swings, eine Runde Swing, eine Runde Swing, was, ja, eine Runde klassisch, schön hebeln, 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 ja, und eine Runde, Überkopf, kurz halten, zurück, Überkopf, kurz halten, ja, erste Runde ist klassisch, schnurren vorne, zweite Runde, immer, Überkopf, kurz halten, genau, egal ob Handjob oder, genau, das heißt, erste Runde ist schnell, los geht's, genau, erste Runde ist einfach auf der Hände, zack, 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 genau, Herr, 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 Er ist einfach. Herr, Herr ist einfach, faculty, So, und jetzt starten Überkopf und Locken. Überkopf, schnappen wir das hier und Locken. Super. Genau. Ja. Überkopf und Locken. Überkopf und Locken. Überkopf und Locken. Das ist ein Schiller da. Ein Eimer vor der Farbe. Natürlich. Ich hoffe, dass du das nicht durch die ganze Wohnung spritzt, Schiller. Ein Eimer vor der Farbe. Das gibt eine Sauerei, wenn du ein Einer noch hast. Noch 10 Sekunden. Super. Super. Und erst Schneller. Kürze und Schneller. Schön nach vorne. Schön nach vorne. Los geht's. Zack, 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 zack. Kürze und Schneller. Gera. Jawohl. Nur nach vorne, nur nach vorne. Schön nach vorne, schinner, 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 schinner. Sehr gut. Schön nach vorne. Dimmat 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 Montag Aber 13 f вроде Lala, 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 Lala. Oh, ist ja nicht. Lala, 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 Lala. Es ist ja prav, nur probieren. Super, dritte Rolle, dritte Rolle. Jetzt kommen wir in die kurzen Schnelle. 5 Sekunden, letzte Runde im Kopf, das geht schon ein bisschen rein, ich weiß, das geht schon ein bisschen rein, wie die mit ein bisschen mit Gewicht arbeiten, die Fingerspritzen und die Fingerspritzen und schwitzen, nur den Auslasten, schön strecken im Rumpf, strecken im Rumpf, genau, super, sehr schön, sehr schön gemacht, Leute, wir nehmen jetzt einen Hantel in die Kniekehle, einen Hantel in die Kniekehle, ja, wir nehmen jetzt die Hantel in die Kniekehle, und schön halten hier und push nach oben, push nach oben, push nach oben, mit der Hantel in die Kniekehle, schöner push, 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 popo, popo, attack, los geht's, genau, schöner push, schöner push, popo anspannen, popo anspannen, roff, 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 das ist andere was 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 ist sehr cool Ja. A toplei. Jetzt ist es so noch ein bisschen. Zwei Kilo. Schön, 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 schön. Nachöver, nachöver. Interferse, interferse. Ja, ja. Schön, 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 schön. Raff, 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 raff. Wegsel das andere. Und wenn du drüben, nachher bei der Beine, oder? Ok. Schön, push, 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 push. Hopp ist gerade, Gerti. Hopp gerade, hopp gerade, hopp gerade, hopp gerade. Schön. Super, sehr schön, wieder wechselt. Aha, wir sind jetzt an der X, an der X, dann muss ich nicht mehr wechseln. Und dann geht's noch nicht mehr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ruff, 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 ruff. Super! Next step, an der X, an der X, an der X. Super brav, super brav, super brav. Gleich kommt die letzte Runde. Super, nächste, dritte Runde für das erste Mal. Super brav. Super brav. Super brav. Super brav. Super brav, super brav, super brav. Eine zweite Übung, Trizeps hinter dem Kopf, das wir jetzt ein bisschen die Beine entspannen, ein bisschen was für den Ohrkörper. Bizeps und Trizeps im Wechsel. Ihr habt noch 10 Sekunden Pause, könntest du noch schneller Schnapser trinken, oder aus dem Doppler-Market, aus dem Doppler. Los geht's, Bizeps Curl, Bizeps Curl, Bizeps Curl. Schiller die zwei Doppler, dann ist es besser. Das merke ich nicht in der Hand. Schmeckt besser, genau. Ihr Travessor geschillert keine Handbombe. Wenn der Hoster also keine Handbombe gebracht, du brauchst unbedingt 2-3 Kilo Handbombe. Schmerz. Unbedingt. Mit der leeren Bierflasche und dein Bizeps. So, hinter dem Kopf, Bizeps, gut rein. Okay. Oh, hier ist es ein Bild von der Hose. Das ist ein Bild von der Hose. Es geht um mit der Hose. Und man hat uns schon ein Bild von der Hose. Und wir sind mit der Hose. Mit der Hose. Und das ist ein Bild von der Hose. Und wieder dieses. Und CO2-Modelle, diese Hose. Und jetzt das noch gut tut. Jetzt geht es einmal ganz gut. Und wieder diese Pause. Und jetzt kommt ihr? Schönen, hop, 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 hop. Schönen, fest, schönen, fest, schönen, fest, gleich der Priceps soll explodieren. Maximum, maximum. Super. So, und wieder Priceps. Ausgepowert, wieder erste Ruhe, ausgepowert. Sehr brav, sehr brav, schön, Priceps. Fest, 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 schön strecken, nach oben, nach oben. Vollgas. Super. Bravo, und Pizzes. Let's den unten. Bost. Bost. Ja, diese Sachen, sie sind super, 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 super. Bravo, bravo. Und, and I love Pizzes. I love Pizzes. And I love Pizzes. Sekunde, bravo, super, so, Leute, für die nächsten Session brauchen wir dir nur eine Handlung, das geht Vollgas auf die seitliche Bauchmuskel, ein Bein knierend, ein Bein seitlich gestreckt, diese eine Handlung, die hast du nach oben, das ist die fortgeschrittene Variante, oder im Nacken, das ist leichter, ja, nach oben, und du gehst immer zur Seite Maximum, ja, immer zur Seite Maximum, und du spürst seitliche Bauchmuskeln, sollte das Gewicht zu schwer sein losgehen, wenn du deine 10 Kilo nimmst, dann in den Nacken liegen, und wieder zur Seite, und wieder zurück, los geht's, spannend, so, Knie, ein Bein zur Seite, Arme nach oben, und jetzt zum Bild gestreckten Bein, zur Seite, und wieder zurück, nicht umfallen, ja, ja, Lisa, nicht umfallen, naja, komm, komm, also die Handlung sollte fast das Fußbeweg berühren, komm, schön zur Seite, schön zur Seite, schön zur Seite, ja, biegen, in den Körper, biegen, 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 das ist jetzt, BAM, ja, und besser, wenn du die Seite in den Nacken gegeben, dann kannst du ein bisschen besser mehr biegen, so, beim Red Set, das andere Bein, beim Red Set, das andere Bein, schön zur Seite, schön zur Seite, Du polynomialstall, Bikesich, Perthen, wir sind protections hier, ich glaube zu lassen, wollen wir, ich glaube, ich denke das beste Jeans, die wir erstσηmen, klisten hier, wieéstow寫bischer,amental, wieder zurück, ok ja, du schon reden, das was und ich glaube, dass du das Poppol 내가 preca , wenn du das für dieses peu 원 ra wastewurst wirst, ich komme jetzt einfach Попostata, ja, das ist für dieses Hel bok, jetzt ist das Unfall, ich bin zu Hause, bist du nimmst dann alles in voll zu Hause, doch, nicht so, schön zur Seite, das war jetzt, was und ich sch excluding Schuss, 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 schuss. Bannkant bleibt gewwechselt. So, wegz р, hinsетьer. Wie ich bin? Ach, wieso das? Bannkantrag, wieso? Schutte schusche, schutte schütte. Duw, 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 duw... Danke, schütte schütte, schütte. Mit dem Elf-Ogel-Fies zum Knie! Jawoll! Super! Ich hab schon die Höhung getan. Ich hab schon die Höhung gemacht. Wechsel, andere Seite! Was du der Knie? Wechsel, andere penalrighte... Was ist hier? Vielen Dank. So wie gesagt, die ich mit dem Gasko stelle. Das war's für heute, der andere Seite. Super brav! Freaking crazy I'm like a Negro Manion Don't hear what you say I'm like a super soldier I'm moving my way I'm freaking bad I told you I, I, I told you I'm freaking, I'm freaking crazy Freaking set Freaking set Freaking set Soba! Session! Wir haben in der nächsten Session Wir haben wieder eine Hand Ich empfehle eine Leichte Ich empfehle eine Leichte Ich empfehle eine Leichte Pass auf! Du gehst schön die Magen nach hinten Und ein Arm, egal wie die Hand hier ist Der kommt zur Seite Und das wackelt natürlich, wenn du das mit einer Hand hast Dann kommst du hoch Und dann unten durch Und dann gehst du wieder nach hinten Und dann ist die Hand in der anderen Hand Unten durch, zack Immer wechseln Von rechts nach links Von links nach rechts Dann mach das so schnell wie du kannst Jeder macht so schnell wie er kann So, los geht's Also in die Lage gehen Knieheber, unten durch In die Lage gehen Knieheber, unten durch Balance, Koordination, Kraft und Ausdauer 4,5 Ja, vorsichtig Magen, vorsichtig Auf der Matte wackelt's mehr Schaut mal, Knieheber macht's auch am Boden Natürlich, wer will, kann's auf der Matte machen Aber das wackelt viel mehr auf der Matte Genau Also, Rosi Unten durch und Seite Unten durch und Seite Ja, genau Unten durch, Rosi Wechsel das andere Bein Wir haben gewechselt Jetzt das andere Bein, bitte Unten durch und Seite Unten durch und Seite Ja, genau, Rosi Super, genau so Genau so Unten durch und Seite Unten durch und Seite Und die Bierflasche nicht fallen lassen, Sheila Noch eine Wodkaflasche Was ist das, Wodka? Jawohl, Wodka So, 3,10 Stunden noch Oh, oh, oh Oh, oh Genau, wie groß So, das ist noch schnell an der Runde Ha, ha, ha Steinwechsel, Steinwechsel Zweite Runde für das erste Ball Ich wollte so wissen, ob es geht Ich meine, wenn man eine gute Ballance hat Dann ist die Übung nicht schwer Aber genau deswegen machen wir es ja Dass die Ballance besser wird Da geht es gar nicht so um das Gewicht Es geht eher darum, eben diese Ballance Super So, ich sehe Das andere Ball Zweite Runde für das andere Ball Foil So, ich sehe Was ist das, was ist das denn? Super, so, let's go. Super, 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 super. Super, 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 super. Super, 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 super. Super, 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 super. Super, 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 super. Super, 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 super. Super, super, super. Super, 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 super. Super, 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 super. Double pull, double pull. Double pull, double pull. Sehr brav. Super, 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 super. Super, 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 super. Hoch, innen, hoch, aufstehen, Kassolta. Super. Sehr schön. Und letztes Mal. Doppelpunkt, doppelpunkt. Doppelpunkt, doppelpunkt. Konzentrier dich auf dem Schulterplatz. Konzentrier dich auf dem Schulterplatz. Und letztes Mal. Fersen hoch, in die Hocke. Sofabra. Sehr schön. So. Leute. Mit einer Handkopf. Mit einer Handkopf. Das ist so ähnlich wie du raschig bist. Aber trotzdem ein bisschen anders. Ja. Mit einer Handkopf. Hörst du jetzt immer zweimal rechts. Eins. Zwei. Einmal hoch. Zweimal links. Eins. Zwei. Einmal hoch. Zweimal rechts. Einmal hoch. Zweimal links. Einmal hoch. Einmal hoch. Zweimal links. Zweimal hoch. Zweimal links. Einmal hoch. Einmal hoch. Einmal hoch. Eine Handkopf. Überraschig ist es. Einmal hoch. Einmal hoch. Einmal hoch. Einmal hoch. Einmal hoch. Bravo, und wieder dieser Double Putsch zur Seite, einmal hoch, Seite links, einmal hoch, Seite rechts, einmal hoch, super. Bravo, und wieder Setup, 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 Geno, Sebra, Geno, Schnaps, Plaschen, einmal mit, super. Adik, bei uns ist der Schnaps meistens auch in Mineralwasserflaschen, ja, dann weiß das nämlich keiner, dass dieser Schnaps ist. Sehr brav, und wechsel, zweimal rechts, einmal hoch, zweimal links, einmal hoch, sehr brav. Oh, the next is my Situps. Situps, 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 Situps. Sebra. Tuoha, ten, tuoha, ten, tuoha, ten. Sehr brav, super. Leute, wir kommen in den vierfühlser Stand, ja, kniert, ein Bein knieren, das andere Bein ist in der Luft die ganze Zeit, ja, je nachdem wie schwer die Hand ist, entweder du ruderst, oder du bist zeitlich hoch, wie wohl haben wir schon gemacht, ja. Wichtig ist, Rumpf stabilisieren, Bauch anspannen, ein bisschen Rückentraining, ja. Und dann, wenn das zu leicht ist, kannst du auch bitte schön Zehenspitzen hinten hoch geben, hoch knieren dann, ja. Dann macht jetzt mehr, wenn ihr nicht auch, war ich vielleicht. Ja. Also, klirrt. So, rechts ist weit hoch, die Ecke hat, jabelt. Du machst runter. Die Masse drüber. Und, oh, schwere Gewicht hat, Wahnsinn. Da sieht man, was hat sich bei einer Frau gemacht. Ausgetauscht. In dieser Lunde ausgetauscht. Wechsel, andere Seite. Das andere Bein, andere Hand. Leute, wenn ihr mit der rechten Hand runtert, dann ist das linke Bein in der Luft. Und wenn ihr mit der linken Hand runtert, dann ist das rechte Bein in der Luft. Genau. Ja, sehr brav. Schön strecken schieben das Beinchen. Strecken, strecken. Das obere strecken. Strecken, das ist so. Ja, genau, jetzt nicht die Beute schieben, das ist dann die Strecke. Genau, super. Sehr brav, sehr brav, sehr brav. Bisschen noch, bisschen noch. Fünf Sekunden. Ja, das geht dann langsam in der Zeit ganz schön rein. Wechsel. Schauen wir ab von zweifern aus und dann einmal Ruhe aus. Das ist super, was wir machen. Schöner Push, meine Lieben. Schöner Push. Komm, komm. Fest, 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 fest. Jetzt gucken, noch. Ihr könnt immer natürlich unter dem Knie auf einem Bolster gehen. Resse. Das andere Bein, andere Hand. Super. Super. the Rock. gonna mehr die where So far, und die letzten Hunde. 5 Sekunden, bravo, sehr schön, super, so, Leute, es kommen schon die letzten zwei Übungen, naja, oh schade, wieder eine Handlung, eine Handlung, Leute, du bist immer in der niedrigsten Position, mit der Handlung zwischen die Beine und weg tief, mit der anderen Hand zwischen die Beine und wieder tief, immer schön nach hinten, Fuß berühren und wieder tief, Fuß berühren und wieder tief, zweiter Punkt, die Schere und unten durch, unten durch, unten durch, unten durch, unten durch, unten durch, so eine Achterschleife, Achterschleife, los geht's, ein, Fieber, genau, zwischen den Beinen berühren, nicht auf die Zehenspitzen, nicht aufpassen, bitte aufpassen auf die Zehenspitzen, immer zwischen den Beinen, nicht auf die Zehenspitzen, nein, nicht auf die Zehenspitzen, aber, okay, sehr brav, sehr brav, sehr brav, immer decken die Beine, immer decken, rechte Hand, haben wir neben den zwischen den Beinen, nicht aufpassen, setzen, noch die Schere und den Beinen, oben durch, oben durch, oben durch, oben durch, und dann noch die Nachrichten, die Schere und die Schere und die Schere und die Schere, sehr brav, schön durchhalten, 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 und dann wieder mit der Handball, nehmen, und Handwechseln, berühren, zwischen den Beinen, und der Schere und die Schere und die Schere und die Schere. Schere! gut sehr brav gut 10 Sekunden 20 Sekunden super und und Nächste Runde. Nächste Runde. Nächste Runde. 10 Sekunden. Nächste Runde. Super! Was? One Million Calories. Super gemacht. Aua! Tschüss. Tschüss Margit. Nächste Mal Doppler nehmen. Nächste Mal.